Das sieht bei mir immer aus wie bei Carmen. Also ich wollte die Gesellschaft hier noch nicht aufhören, wenn ich jetzt anfange zu singen. Steinen! Ich mach mal den Baten! Auf der einen Seite ist es ein Schlecht, und ich habe die wüsten Kässe auf der anderen Seite geschafft. Soll ich auch nicht schliessen! Also machen wir bald. Hast du eine Gehle? Möchtest du eine Gehle kaufen? Nein, ich bin ja auch. Nein, ich bin ja auch. Nein, ich bin ja auch. Das kommt doch. Das muss sein. Ich war doch noch Stand-Up-Kommie im Programm. Was für ein Stack-Up-Kommie. Das war alles ernst gemeint. Wie durchpleidige Frühstück, weil ich das nicht mag. Alles klar. 17, 18 und dann 121. Aua. Nicht Raum. Wie geht das jetzt los? Ich kenne keinen Einzelnen von diesem Lieder. Also kann ich denn schlafen, wenn es los geht? Nein, nein, nein. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendeinen Quatsch anmacht oder nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wer will sich machen beim Trampus? Du kannst meine Runde in den Büchern verkaufen. Da! 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 Dann muss man dagegen rumlaufen und dahintragen, wo sie hinwillen. Und sonst geht sie dir hinlaufen. Also, wer ist jetzt gleich schon gering zu stürmen? Da Anne gucken ab und zu, da hinten ein paar ... vom 1 für und sage ich schon mal. Wir spielen Copyright. Das ist der Fassel. Haha. Herzen! Richtig! Kannst du dir noch etwas nachfragen? Nö! Wusfalls. Das ist Berge. Heißt aber nicht nö. Es heißt... Jays! Cool. Kannst du die Maske bitte wieder aufsetzen. Hohohoho! Danke! Das ist gemein! Warum kriegt die Sprung? Richtig! Wir haben die Neunzehnen übergesprochen. Warum haben sie das gemacht? Warum gehen die Hände nicht vor? Ihr müsst euch doch jetzt hier wie bei Takt überbreiten. Aber meckern. Vor allem sagt man mir so Sachen wie Jetzt kennt man das auch wenig von dem an immer nicht. Ja. Er kriegt meine Stoße dafür. Ja, er kriegt eine Stoße dafür. Welches denn? 4 Uhr hart, das zweite. Nach der Bech an. Das ist ja langweilig. Zeig mal, wer hast du raus? Richtig. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wäre geil. Da kommt sicher niemanden raus. Der Steck kann hier. Also. Hände nehmen. Gewhitzt. Der Steck kann hier nach vorne. Der Steck. Der Steck. Der Steck. Der Steck. Das ist so eine Kopie aus China, Soy No Moon. No game, no life! Richtig! Nächstes Mal geben wir den Gewehr, damit wir die Leute gleich hören können. Ich kann noch zwei schmeißen, falls sie ausgehen. Ja, mach gut! Ihr meldet euch doch die Erste! Ja! Schlecht, warte! Richtig! Black and Butler! Black and Butler! Ich hab hier noch eins verfolgen! Aprileusbruch auf die Mutter! Was? Schnau? Was? Nein! Rios! Rios! Ja! Hallo! Schluca! One Piece! One Piece! Ich will mich doch aufmachen! Hier ist ein Zeichesbettel! Ich weiß, dass du das kennst. Wahrscheinlich hast du das über den Geschmiedespiel. Fängst der Leid, haben wir mit den Blackbirds. 29 Meter 29 Meter Uuuuuhhhhhh Ich liebe Okay, 30! Das war's! Das war's! Also beim nächsten Lied muss der jetzt reich sofort werden. Sonst zu einfach. Zu mir, auf die Bühne und ins Mikro zu sprechen. Während ich versuche wegzuhören. Halt dich! Halt dich! Leon, Jens! Ja, Leon, Jens, das ist ein Genio. Oh, ich hab's hier! Cool, ich hab's hier! Oh, oh! Katze weg! Oh! Katze weg! Katze weg! Lina, du bist wie ein Mädchen! Ich bin ein Mädchen! Oh, oh! Hätte ich nicht gemerkt! Oh, ich hab's hier! Ich bin ein Mädchen! Ich bin ein Mädchen! Ich bin ein Mädchen! Ich bin ein Mädchen! Und lege ein Mädchen! Er hat das zwei Worte gesagt gehabt und da hast du irgendwann drüber umgedacht. Das Wandelnde Schloss, Haus Luf in Katze. Wer hat dich das ausgedacht? Ich. Bitte. Ich habe keine Ahnung was das für ein Anime ist. Saiyan Koku Monogatari. Sonderheit. Genau. Saiyan Koku Monogatari. Richtig. Das ist doch geil. Das macht doch Bock. Saiyan Koku Sucker? Nein. Das ist NGK Yoko So. Klasse. 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 Ein bisschen lauter wenn du anstiegst. Klasse. Klasse. Wer heißt es? Jörg. Klasse. Ja. So. Na. Ja. Was nicht so mit der Rechnung hier, ne? Und das Letzte. Auf meine Sicht. Richtig. Ich hab's gewusst, der machten würde. Hast du grad die Spuladen in seinem Arsch geholt? Schalten wir uns die Spuladen ab, nicht? Schon mal gesehen? Danke für die Spuladen. Jetzt ist schon wieder weg. Bitte, danke. Schon wieder. 39. Also da müssen die Hände aber fliegen heute. Ja. 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 Das stimmt doch gar nicht. Das ist ein Lügen! Wie war das, wie war die Masse wieder aufnimmt? Richtig! Spicenwurst! Richtig! Ja! Ja! Ja, ich will mir kein Zeug treffen! Ja! 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 Sanitäter, bitte in den Raum! Sanitäter! Ja! 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 Oh no! Richtig! Richtig! Du möchtest sagen, du kommst du an! Ich geh' mal so hin. Ich geh' mal so hin. Ich geh' mal so hin. Das ist eine Reihe! Das ist ein ganzer! Richtig! Wir gucken die doch mal an, hier drauf, beziehungsweise zu essen. Was? Richtig! Er fand ihn aber Schüssigkeit. Oh komm, das Lied müsst ihr aber kennenlernen. Lassen Sie das auf jeden Fall nicht gekannt werden, bin ich enttäuscht. Richtig. Wir haben uns heute noch ein bisschen aufgemacht. Wir müssen uns von der Runde. Ich steh mal auf! Wo kommt das Lied? Wo kommt das Lied? Ja. Statt um siebsten noch. Ach, die geht immer ab. Das ist die Vorstellung. Das ist, äh, guter Rundsatz. Richtig! Ja. Der ist ja so lange kräftig. Der ist ja so. Na, der ist ja so. Das ist die Vorstellungskräfte. Jetzt liegt die Vorstellungskräfte. Das ist die Vorstellungskräfte. Der ist ja so lange. Der ist ja so lange. Oder neben 48, das ist eigentlich losgekehrt. Schon? Wie viel tut es da? Ja. Da liegt vielleicht gerade mehr an den Landing-Stackspiel. Ach, das ist jetzt ein Grundsätzliches. Ich gebe euch keine Mühe mehr. 48? Ja. Das ist ein Grundsätzliches. Wie auch das? Ja. Tja? Nein. Und das ist tatsächlich schön. Wir brauchen nichts. Ach, das ist richtig. Ach, das ist schon so gut. Das ist eine Strube. Das ist eine Strube. Ja, das ist die Strube. Das ist eine Strube. Und das ist ein Strube. Das ist nicht richtig. Das ist richtig. Neon Genesis Evangelion Geokaran Maro Ab sofort den Rohnkönig 1.15 Richtig, danke 1.15 2.5 2.5 Das ist die Stimmung Ja 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 5 Warum? Ja, die Spakzeit! Ja, das ist die Spakzeit! Okay, die Spakzeit! Okay, jetzt 50 ist ein Spiel! Ja, das ist sehr schön! Ja, das ist ein Spiel! Wir haben auch noch mal gemacht... Auf dem Animes ist ein paar geworden. Dokumatik ist 8.0. Es war ein Animes, der praktisch dargestellt hat, wie in einem Erdbeer bis 8.0 auf der Skala den Punkt gefüttet wurde. Seitdem er an dem Beflugspflicht geworden ist, hat Japans ein Erdbeer in dieser Höhe gebrochen. Wir haben den ersten Match angewandt. 6.15. Richtig. 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 Wir machen die 6.6. Wir wollen die 6.6 haben. Mach die 6.6 an! 6.6! 4.6. 4.6. 2.6. 5.6. 5.5. 5.6. 5.6. 6.7. 5.7. 5.7. 6.7. 6.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 8.7. 9.7. 7.7. Und jetzt noch mal die 63 Ketten. Einfach mit so einer Sprache. Die 63 hatten wir schon? Ich schneide sie dann auch. Aber hinterher weiß es auch nicht, wie ich es gemeint habe. Ach, mach ich. Ja, doch gut. Ach, das ist ein bisschen Akku. Ja, das ist der Kino.